Sie ist ein begabtes Talent für den Tanz. Mit 14 hat sie bereits für die beste Ballet-Compagnie Frankreichs performt und dabei die ganze Welt kennengelernt. Heute arbeitet sie zusammen mit Phil Collins. Wie das so ist, erfahren Sie in unserer Reportage. Sie ist Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin. Paula Juliana Ferreira ist in Rio de Janeiro geboren. Mit 14 begann ihre Karriere bei Les Ruppeliers de France in Frankreich. Da hat sie zwei Jahre die Haupthole getanzt und damit um die ganze Welt gereist. 1994 hatte Paula dann in Zürcher Opernhaus in der Schweiz einen Gorgemo. 1996 ist sie nach Brasilien zurückgekehrt, um ihr Schauspielstudium aufzunehmen. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss widmete sie sich den Sprachen und studiert Portugiesisch und Französisch. Noch vor ihrem Abschluss erhielt sie dann die Zusage für eine Holy Musical Konig der Löwen in Hamburg. In dieser Produktion war sie fünf Jahre Teil einer magischen Geschichte über einen Konig, der sich selbst findet. Hier eine von ihren besten Szenen. Hier eine von ihren besten Szenen. Frau Ferreira ist in ein neues Projekt von Disney eingestiegen. Ab Oktober wird sie beim neuen Musical Tarzan dabei sein. Zum Beginn der Proben ließ es sich Phil Collins als Komponist dieses Musicals nicht nehmen, das neue Ensemble zu begrüßen und über seine Musik und Inszenierung zu sprechen. Es ist sehr wichtig für mich Teil des Teams zu sein. Während der Produktion eines Musicals wie Tarzan passiert jeden Tag irgendwas, also musst du vor Ort sein. Oder du bleibst weg und dann musst du es lassen, wie es ist. Dann kannst du aber nicht verwundert oder gar sauer reagieren, wenn während der Uraufführung etwas anderes gesungen wird, als du gedacht hast. Tarzan ist mein Baby. Ich bin sehr stolz auf den internationalen Erfolg des Musicals. Anton Settelholm als Schweden übernimmt die Rolle als Tarzan. Elisabeth Hubert aus Deutschland ist Pilty Jane. Zwischen dem ganzen Ensemble haben wir noch einen Brasilianer entdeckt, der auch bei Tarzan tanzen wird. Es ist mir sehr wichtig, bei Tarzan arbeiten zu dürfen. Das ist ein Beweis, dass die Brasilianer Talent und Möglichkeiten haben, bei einem großen Musical mitzumachen. Was bedeutet dann für Sie, die schon bei König der Löwen gespielt haben, jetzt bei Tarzan zu sein? Ich bin überglücklich über mein Engagement hier, denn ich habe die letzten Jahre bei König der Löwen mitgespielt und ich liebe die Stadt Hamburg. Außerdem ist etwas Wundervolles, Teil des Ensembles zu sein, denn die deutsche Premiere von Tarzan wird hier im Hansestadt stattfinden. Paula Ferreira hat unter anderem in Brasilien, Argentinien und Bulgarien viermal den ersten Preis bei verschiedenen Ballettwettbewerben gewonnen. In Peru gewann sie auch als Solo-Tancerin. Hier zeigt sie ein bisschen ihres Talents und Charismas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 It's crystal clear But now I'm in a whole new world For you Unbelievable sight Indescribable feeling